Ein Lied für Edward Snowden. Es ist eine Preisverleihung ohne den Preisträger. Der US-Amerikaner ist nicht in Berlin, als er mit der Whistleblower-Auszeichnung geehrt wird. Snowden habe vielen Millionen Bürgern einen großen Dienst erwiesen. Und das, obwohl ihm die dramatischen Folgen für seine Person bewusst waren. Grundsätzlich bin ich betrübt und auch beunruhigt, dass wir eine Preisverleihung des leeren Stuhls vollziehen müssen. Ich hätte mir früher nicht vorgestellt, dass wir dies hier in unserem Land in der Form machen müssen. Von Rio aus gratuliert auch Glenn Greenwald in einer Videobotschaft. Der britische Journalist hatte als erster über Snowdens Enthüllungen berichtet. Greenwald fordert weitere Aufklärung. Auch Transparency International verlangt von der Bundesregierung zu handeln. Wir fordern schon seit Wochen, seit es bekannt geworden ist, dass man Snowden in ein Zeugenschutzprogramm nimmt, den man ihn befragt, dass er die Informationen, die er hat, die man auch verifizieren kann. Von dem Preis erhoffen sich die Unterstützer Snowdens neuen Rückenwind. Denn sie wollen den Druck auf die Regierungen in Washington und London aufrechterhalten.